hallo ganz herzlich willkommen zum dritten tag vor weihnachten heute ist der 21 dezember oh mein gott das jahr ist so schnell verflogen mit euch an meiner seite hat das so wahnsinnig spaß gemacht und heute packen wir auf jeden fall des türchen nummer 21 aus beziehungsweise tütchen ich reiße es mal auf meine güte und zwar hat die liebe laura mir einen glow in care essence nagellack gekauft und zwar in der farbe love and care und zwar ist ein rosa mit leichten goldschiff drin und ich liebe diese reihe also ich habe davon auch ein ganz schönes rot und ich muss sagen ich liebe die einfach total und wir sind jetzt drei tage vor weihnachten entfernt leute nutzen auch die chance unsere verlosung mitzunehmen mit halten mit teilzuhaben so unten in der infobox findet ihr auch lauras kanal die natürlich immer zur selben am selben tag also ob nachts oder tags ich weiß nicht das haben wir völlig unabhängig voneinander gemacht dass wir halt unsere pakete auspacken damit ihr einfach jeden tag entertaint werdet und den adventskalender von uns bekommen also ich finde die aktion wahnsinnig gelungen muss ich sagen es ist halt für mich sehr viel einfacher weil ich jetzt einfach aktuell hoffentlich nicht mehr krank bin an dem tag aber vor etwa einer woche wo ich halt alles mal los gedreht habe an einem tag ich wirklich nur an diesem tag stimme hatte und ich hoffe ihr habt da verständnis für und wir sehen uns morgen schon am tag 22 mein gottes verrückt wir hat bei denn ich möchte morgen ich möchte diesen tag